immer online, das sieht zwar alles schwarz, aber wir sind da Hallo? Jaaaa, wir sind da! Hallo? Hallo? Also, du kennst ne Angel, ne normal, also die Old Jordan sag ich dir, wie das geht Sie, bei mir kommt gleich instant auf meinem Handy Hallo? Sie, 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 Sie... Hallo? Hallo? Ja, man hört jetzt alles, also ist doch gut Hallo? Ja, was denn? Hallo? Ich hab mein Passwort wieder Hallo? 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 So, Asgard, hör auf jetzt! Wenn da eh jeder das hört, willst du unbedingt zum Affen machen, dann mach dich zum Affen! Hallo? Wer... Wer ist denn dreimal raten? Dreimal raten? Da kommt ein Haken mit Garten! Aber ich hör mich doppelt, das ist so cool, hallo? Hallo? Missbrauch melden! Hallo? Ihhh, von wem wurdest du denn missbraucht? Von dreimal raten! Ihhh! Ihhh! Oh mein Gott! Wie wir's alle vermisst haben, glaub ich! Doch, jetzt aber! Ganz tief in den Popo! So, das alles neu war! Alle haben Popo-Sex, alle haben Popo-Sex, außer ich, weil ich es bin! Dum-dum-dum-dum-dum-dum! Wie gut, dass Corona zuguckt, außer ich! Und ich! Gleich mal auf Facebook posten, Alter! Boah! Sofort! Ja, alle mal reingehen, damit man mehr Zuschauer hat, damit auch mehr Leute reinkommen! Boah, das wär so geil! Und wenn die das dann noch weiterschicken und wenn die, die das weitergeschickt bekommen haben, das dann noch weiterschicken, also bitte, dann haben wir doch mindestens mal 10.000 Zuschauer! Deine Mama! Mindestens hat 10.000 Zuschauer! Ich würd das zusammenbekommen, ist auch ne Scheiß! Boah, wir müssen jetzt LOL an, wolltest du gar nicht, egal! Doch, du wolltest unbedingt LOL anmachen, weil ich auch online bin! Nee, wir zocken jetzt alle gerade mal gleich Pixelmon! Ja, du kannst mich mal akkens schön kreuzweise, ja, an der Rosette lecken! Ich nehm dir dein Flugzeug weg! Ich bin's! Nimm dir dein Flugzeug weg! 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 Ach, okay, gut, also zwei Leute zugucken! Nur ich und du! Gott sei Dank! Wer ist an Helden? Ja! Es sind zwei Leute! Ja, ich und du, du Depp! Es sind zwei Leute und die sind hier aus dem Team-Spiel! Was ist denn? Ah, ist gut! Ah, ist gut! Es ist gut! Oh Gott! Komm! Warten Junge! Also Achtung, jetzt muss ich eine Störung melden auf der A38! die Arme spiele verringt regler ein Stromschlag Daniel ist schon rausgegangen ja hoffentlich jetzt macht er kein pieiiiiiik mehr jetzt hör ich mich guck jetzt gehen wir wieder runter machen wieder pieiiiiiiiik ok ich.. 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 ich... ich.. ey warte mal warte mal warte mal ich mach Piep und ihr movet mich dann runter ok hahaha warte mal ihr movet mich dann direkt runter zum Dani dann lass die Daniel in Ruhe Okay. Hol ihn wieder hoch, hol ihn wieder hoch, hol ihn wieder hoch. Oh hört auf Leute, jetzt wird's langsamer. Oh Gott. Immer wieder hier hoch. Der Kanto wird allein hoch. Der läuft scheiß schon blau an. Ich hab keine Trüste mehr. Ich hab das bis gerade eben durchgezogen. Benni, hast du den Link runtergeladen? War's der Link? Boah, ist nicht dein Ernst, der geht weiter. Ich werd wieder untergehooft. Und ich glaub, jetzt hat er mich gemutet. Aber das war's mir wert. Ja. Vera, um zu kurz zu erklären, Asgard ist ein extrem guter Kumpel von uns allen. Der Kumpel ist schon so ewig. Und der ist meistens auch... Also... Ja, meistens. Aber heute nicht, heute nicht. Also heute bin ich normal. Aber... Der ist einfach immer so gut drauf, dann. Felix, hilf mir! Ach dann. Was bist du denn? Ja Leute, man muss dein Leben leben. Geld ist zum Ausgeben da. Ja, Asgard, warte noch zwei Monate, hab ich meine Ausbildung fertig. Boah, ich hab heute erfahren, einer aus meinem Kuss wird Vater in einem Monat. Was machst du noch mal? Ja mit... Ich mach Maura. Echt? Hat ein Megabesen gebaut. Ja, und der hat... Ne, der hat in irgendeiner Kneipe oder so, hat er so ne alte gepoppt und... Ja, die kriegt ein Kind von dem. Voll geil, ey. Voll geil, ey. Ach, das ist so ein richtiger Dorf... Sein Vater ist ja Dorfalkoholiker, er ist auch Dorfalkoholiker, der wird das Kind auch Dorfalkoholiker. Also der ist... Wie alt ist der denn? Der ist grad 18 oder so. Der hat sich auch schon mit dem Trecker überschlagen, zweimal oder so. Der hat auch dicke Narben im Gesicht, so davon. Also eine Stunde später wird der Krankenwagen da hinkommen, dann wär der verblutet gewesen. Richtig geile Sachen dabei. Der Kumpel von mir, der hat ein Mädchen bei sich in der Klasse. Die ist... Ja 18 geworden. Ne, 21 und hat ein... Ich muss noch mal zusammen... 19 ist sie jetzt geworden und hat einen 5-jährigen Sohn. Also mit 14 hat sie das gekriegt. Ja. Das heißt, die ist mit 13 oder so schwanger geworden. Oder Anfang 14. Yeah, das hat's die... Das ist richtig übel, ey. Boah. Okay. Also wir haben eine, die ist mit 16 schwanger geworden. Mit der hatte ich davor aber noch umgemacht. Ich bin froh, dass ich's nicht bin. Oh mein Gott. Ich erinnere mich bloß an die ganzen Schwangerschaftsgymnastiken. Die jüngste, die ich da hatte zur Gymnastik war 14. Wie, warst du schwanger? Oder was? Ja, die hat ihr Kind geboren, du. Äh, äh. Ich hab jetzt mal krampf gekriegt, Alter. Äh, Zenny, konntest du's runterladen diesmal? Ja. Ne, eigentlich nicht. Ne, ne, das ging nicht. Weil wegen... Wegen dem, äh... Internet-Blog-Dings, weißt du? Aber komischerweise zwei Stunden. Ja, ja. Weil wegen dem, weißt du? Weil das ja überm Bärisch ist. Ja, ich... Wahrscheinlich, weil ich das Ding anhab. Wahrscheinlich, weil ich das Ding anhab.